Ich zeige dir das schriftliche Zusammenrechnen oder das schriftliche Addieren. Wenn du zwei Zahlen hast, die so groß sind, dass du sie im Kopf schlecht zusammenrechnen kannst, dann mach das doch einfach schriftlich. Ich möchte jetzt die 241 und die 352 zusammenrechnen. Dazu habe ich sie so untereinander geschrieben, dass die Einer in einer Spalte stehen, die Zehner übereinander sind und die Hunderter übereinander stehen. Und ich habe ein Plus davor geschrieben, dann ist klar, jetzt geht es ums Zusammenrechnen. Ich beginne mit den Einern und rechne sie ganz normal zusammen. 2 und 1 ist 3. Das schreibe ich also in die Spalte von den Einern. Nun die Zehner. 5 und 4 ist 9. Das schreibe ich unter die Zehner. 3 und 2 ist 5. Da es sich um die Hunderter handelt, schreibe ich es direkt unter die Hunderter. Und schon habe ich mein Ergebnis. 241 und 352 ist zusammen 593. Und damit das Ergebnis schnell sichtbar ist, gut erkennbar ist, unterstreiche ich es immer doppelt. Nehmen wir uns noch eine zweite Aufgabe vor. 356 und 514 möchte ich zusammenrechnen. Ich schreibe das Pluszeichen vor die untere Zahl. Ich ziehe einen Strich unter die ganze Aufgabe, damit ich weiß, das ist die Aufgabe und unter dem Strich rechne ich jetzt das Ergebnis aus. 4 und 6 sind 10. Das ist ein bisschen anders als bei der Aufgabe vorher. Denn jetzt ist ja die Frage, wie schreibe ich die 10 hin? Es ist ganz einfach. Hier kann ich nur eine Zahl hinschreiben. Hier darf ich noch keine hinschreiben, denn ich habe ja noch gar nicht mit den Zehnern gerechnet. Aber ich kann mir die 1 von der 10 auf diese Weise merken. So geht sie mir nicht verloren und ich rechne sie nachher mit. Hier sieht man also die 10. Ich fahre fort mit den Zehnern. 1 und 1 ist 2 und 5 ist 7. Ich fahre fort mit den Hundertern. 5 und 3 ist 8. Und mein Ergebnis lautet 870. Ich unterstreiche es wieder doppelt. Was wir hier mit der 10 gemacht haben, nennt man Übertrag. Man überträgt also eine der beiden Ziffern einer zweistelligen Zahl hier über den Strich einfach zur nächsten Spalte, die man berechnen wird. Probieren wir das an einer dritten Aufgabe aus. 6.432, jetzt haben wir also eine tausender Zahl. Rund 8195. Die beiden rechnen wir jetzt zusammen. Plus Zeichen. Und wenn ich jetzt einen Strich drunter setze, ist es gut, ich lasse ein bisschen Abstand zur Aufgabe, damit ich mir die Übertragszahlen nachher besser notieren kann. Hier bleibt also ein kleiner Abstand für die Zahlen, die es vielleicht später zu notieren gibt. Wir beginnen wieder mit den Einern. 5 und 2 ist 7. 9 und 3 sind 12. Jetzt haben wir wieder eine zweistellige Zahl, die wir notieren wollen. Und wir notieren sie so. Die 12 lässt sich ja immer noch erkennen. Hier die 1, da die 2. Nun geht es mit den Hundertern weiter. 1 und 1 ist 2 und 4 sind 6. Kann ich wieder ganz normal notieren. Und 8 und 6 sind 14. Also wieder eine Zahl, die eigentlich einen Übertrag erfordert. 4 hierhin. Und die 1 würde ich mir jetzt normalerweise hier notieren. Das ist gar nicht nötig, wenn es die vorderste Zahl ist. Da kann ich sie auch gleich hierhin schreiben. Denn hier steht ohnehin nur die 1. Ja, ein fünfstelliges Ergebnis. 14.627. Ich unterstreiche es. Und kann auf diese Weise nun alle möglichen Plusaufgaben rechnen. Das können sechsstellige, siebenstellige. Es können so viele Stellen sein, wie man möchte. Man kann sie alle nach diesem Prinzip zusammenrechnen. Man kann auch mehrere Zahlen natürlich untereinander schreiben. Dann hat man einfach immer mehrere Zahlen, die man dann zusammenrechnet. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Viel Spaß damit!